Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde SimStable. Finally sind wir soweit, wir starten jetzt in die letzte Runde, denn Anne ist dran und ich habe hier schon mal so ein bisschen an Sim rumgebastelt. Das soll Anne soweit sein. Ist natürlich noch nicht ganz fertig, ich habe das mal grob von der Frisur her geguckt, was wir machen können. Wobei, warte mal kurz, haben wir hier... Ja, das ist doch, würde ich schon mal sagen, direkt perfekt, die Frisur, weil pinke Strähnen, hallo, muss sein. Moment, die Augen stimmen doch gar nicht. Machen wir auf jeden Fall so. Zweigeteilt wäre natürlich perfekt. Dann gucken wir mal vom Oberteil her. Haben wir das hier vielleicht in Braun? Ja. Die Hose, glaube ich, war doch so Bordeaux, oder? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Von den Schuhen her... Haben wir noch andere Stiefel, ansonsten wären die eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Was meint ihr dazu, zu den Stiefeln? Andere, glaube ich, noch so Ohrringe, oder? Machen wir eher Ohrringe? Ich weiß gar nicht direkt. Erstmal gucken wir mal, was weiß man denn hier. Freund in der Welt, Deviants, Essen. Was machen wir bei Anne? Mal Beliebtheit. Weltbekannte Berühmtheit. Auf jeden Fall. Vorlieben. Was hat sie denn hier? Habe ich, seine Fähigkeiten? Das ist schwierig. Sie mag pink. Merkmale. Merkmale. Ich würde schon sagen, dass sie hitzköpfig ist. Machen wir... Perfektionist. Und... Ordentlich. Das finde ich eigentlich auf jeden Fall nicht schlecht. Aufgeschlossen, ja. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht bei ihr. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich schon so ziemlich gut. Wir können daran aber auch noch auf jeden Fall ein bisschen arbeiten, wenn wir dann final am Haushalt arbeiten. Aber... Hier brauchen wir noch ein Tier jetzt. Wir haben zwei Hunde... Ja, komm. Dann ist Concord einfach eine Katze. Ja, genau. Machen wir einfach... Konkord ist eine graue Katze. Klar. Ja, das ist doch perfekt eigentlich. Theoretisch... Was... Was... Was können wir bei Concord? Hallo, ich heiße... Mh... Muss ich mal gerade überlegen. Wartet mal. Ich gucke mal gerade kurz bei Concord nach. Okay. Concord hat auf jeden Fall noch Weiß dran. Deswegen müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen malen bei Concord. Okay. Äh... Rückgängig. Na, mach mal so hier. Und bitte nicht spiegeln. Wo war denn das Spiegel noch mal hier? Und dann nehmen wir auch noch was Größeres. Was für eine Art her. Pinselgröße. NCAA? Ja. Und dann nehmen wir das. Und dann nehmen wir das, was nämlich... Wir lassen. So. okay wir brauchen halt auf jeden fall eine andere deckkraft ist ein bisschen runter ich brauche eine andere so no 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 shit okay dann auch ein vier wieder ein bisschen ja pötchen weiß machen wir noch ein bisschen so diese übergänge nochmals so hier und dann noch ein bisschen und hab das war das schon mal ganz nice so dann machen wir noch ein bisschen so hier das war ein bisschen größer machen so okay so haben wir das hier und das wichtige ankommen kostet auf jeden fall noch die augen augen die müssen in diese richtung gehen so 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 ist concord scheune concord ist auf jeden fall anhänglich verspielt mehr gut flauschig gibt es nicht verspielt doch da verspielt sehr gut so da haben wir so einen kleinen fleck da muss man mal gucken ob das noch passen so wird der concord auf jeden fall als katze sein und so es sieht dann aktuell die family aus wir haben wo ist denn ach so die haben die tiere einfach getauscht so sieht's ach nein ich habe sie jetzt aussehen gestartet so ist auf jeden fall aktuell unsere family müssen wir uns gleich nochmal anschauen gerade mal hier kann ich wieder zurückgehen ich hoffe mal ich habe das jetzt gerade gespeichert wenn nicht wäre das fatal so wir gucken mal so hier haben wir die family so sieht es jetzt aktuell aus ich bin gespannt was ihr dazu zu sagen habt und dann machen wir die nächsten tage dann definitiv mal los mit unserem haus bauen von unserem sim stable projekt ich sage danke fürs zuschauen und bin gespannt was ihr dazu zu sagen habt bis dann ciao ciao Bis zum nächsten mal You came across my intention to rule the world What we're up against We just gotta speak louder I'll try to make amends For the damage control Only together We can rule the world Only together We can rule the world Only together We can rule the world We can rule the world